Als das von Artorias, auch wenn es nicht so direkt heißt Artorias Schwert oder irgendwie sowas, aber es ist das Schwert von Artorias. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, wo komme ich denn jetzt hin? Ich versuche rechts. Zeit für Finstern. Oh! Das ist ja mal geil. Da gehe ich jetzt einfach mal total dreist hin und schnapp mir noch den anderen. Leuchtfeuert der letzten Rast. Jetzt habe ich einen Nadelbildschirm, damit spawnen dann auch der Crystal Lizard wieder. Sehen zwar eher aus wie Käfer, aber es sind Echsen. Crystal Echsen. Ey, 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 ey! So nicht! Zweimal Funkeltitanit. Das ist eigentlich ganz geil. Titanit-Scherbe ist auch ganz hübsch. Hier sind aber ganz schön viele von diesen roten Symbolen. Ich weiß echt nicht, was die roten genau bedeuten. Vor allem weiß ich nicht, was die lilanen bedeuten. Das wäre immer interessant zu wissen. Da hinten komme ich bestimmt auch noch hin. Boah. Das sieht so nach Arno Alondo aus. Aber voll! Da ist die Brücke, die sich dreht. Da vorne geht es dann quasi weiter, wo es dann zum Eingang von Arno Alondo ging. Und das ist die Riesen-Kathedrale. Da war dieser scheiß Weg mit diesen fucking Bogenschützen, die sich immer runtergeballert haben auf dem Dach. Ey, das ist sowas von Arno Alondo. Da oben stehen bestimmt noch zwei Riesen. Und da kämpfe ich gleich bestimmt noch gegen Smaug und Ohrenstein. Warum sind die überhaupt tot? Sind die überhaupt tot? Ich weiß es nicht, ich habe Angst. Hallo? Alteriggetreuer Old Amber ist eingefallen. Ich komme nicht zu dir, das kannst du vergessen. Ey, come on, fuck off. Fuck you, ey. Ne, 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 das mache ich nicht. Also zwei gegen einen, ne? Ja, ja. Jetzt kann ich auch wenigstens nicht mehr invaded werden, weil sie direkt gegen zwei Leute kämpfen. Ja, ich habe doch einen Schatten. Aber der eine ist gekommen, weil ich hier wohl in dieses Gebiet gekommen bin, weil ich nicht den blauen Wächtern oder sowas angehöre. Und der andere hat mich einfach so invaded. Und dann hat sich dann darauf auch was getraut. So nach dem Motto, ey, jetzt habe ich ja, brauche ich nichts zu befürchten. Zwei gegen einen. Das schaffe ich. Und ja. Jetzt bin ich wieder unkindled. Ich weiß, jetzt bin ich wieder normal. Komm, ich nenne das Item überhaupt. Egal. Das heißt, jetzt werde ich auch nicht mehr invaded. Jetzt sind aber ganz schön viel von diesen finsteren Drecksviechern. Och, komm, fuck you. Ich weiß, jetzt bin ich wieder. What the f**k Guck mal die Schnauze halten da über mir Dann wäre ich euch sehr verbunden Geil Wie viel schaden haben die dann gerade vorhin gemacht Komm wie viele stehen und auch auf einem haufen weißt du deine der macht feuer kacke dann Ist doch alles scheiße Ja 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 Das war's. Ja, mach doch alle. Alter, wie viel Schaden diese Flammenkacke macht. Ey. Könnt ihr mal aufhören, bitte? Haha, bist du hingefallen, hä? Ey, ohne Witz, diese Flammenscheiße geht mir jetzt schon so riesig auf den Sack. Wow. 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 der hinten der da hinten hat hier ist bestimmten shortcut hat eine scheiße mann jetzt haben wir hier unsichtbare wand abkürzung ist aber auch nicht wirklich so eine großartige abkürzung aber ist ganz nett vor allem erkennt man das gar nicht direkt als abkürzung das ist ja mal geil du bist eine mimik und und da wirst du sie mal anvisieren danke tschüss also ist das hier nur in anführungsstrichen eine abkürzung hier geht es auch weiter das erklärt dann zumindest wie ich zum größten deshalb komme den ich meine gesehen zu haben oder ich bin eingebildet ne da ist er stehen bleiben du sau das wäre es ja noch gewesen ein simpler edelstein schön schön gehen wir da vorne mal weiter und ärgern uns mit den typen da ab das ist anor londo das ist zumindest das schloss von anor londo aus dem ersten teil wait du bist ja mal fies versteckt junge auch kaum wegen der hecke das macht auch so unfassbar viel schaden viel schaden kann ich auch machen da ist nix also es ist auf jeden fall das schloss von anor londo aber ob es anor londo sein soll ich weiß noch nicht mal genau wo wann dachs fuck you wo beziehungsweise wann dark souls 3 überhaupt spielt spielt das vor oder nach dark souls 2 oder 1 oder keine ahnung diesbezüglich habe ich mich nicht wirklich informiert beim kauf muss ich zugeben das war schon jetzt kommt er mit morgen stern oder was hört auf eure waffen zu verzaubern ihr schwänze au alter roll ach komm man ey mal ohne witz der typ aktiviert sich direkt wenn ich den anderen da oben angreife es ist doch scheiße sowas da kämpfen beide akimbo mit dem scheiß wick sperren und mit diesem kack jetzt habe ich nicht gedacht du hast diese scheiß horde da kämpfen von diesen wichs mönch arschlöchern mann ist doch scheiße ihren wichs flammenzauber so ne kacke so ne kacke À also noch so viele vor allem ein paar weniger die halb denen jetzt auch gemacht warum hat der sich jetzt gerade weggerollt da hinten der aktive hat die schon aktiviert ist doch ein witz vor allem du hier ganz hinten du gehst mir am meisten auf den sack hätte die scheiß nur gespammt sonst noch irgendwelche wünsche gerade die kommen sofort alle beide es ist doch scheiße ja ja Einer weniger Zwei weniger Oh man ey Waren die Lichter vorhin auch schon an? Ich weiß es nicht Waren die Lichter vorhin Meine Fress ist das sauer What? Mit einem Angriff Du mich auch Arschloch 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 Und du der concrete